Hallo Leute und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Heute möchte ich euch zeigen, wie ihr euren privaten Bereich, wenn ihr euer Passwort dort vergessen habt, es wiederherstellen könnt, ohne dabei eure ganzen Bilder zu verlieren. Dafür geht erstmal die Snapchat App rauf, drückt nun auf eure Bilder, drückt nun auf privater Bereich und könnt nun auf Option drücken und da euer Passcode vergessen drücken, dann werdet ihr nach eurem Passwort für euer Account gefragt und dann habt ihr die Chance, euer Passwort zu ändern. Ohne eure Daten zu verlieren. Ich hoffe, ich konnte euch weiterhelfen und würde mich über ein Like und ein Abo freuen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.